Jemand die Hucke voll hat. Ich versuche hier gerade mal eine Etage höher zu kommen. Ich habe das auf der einen Seite probiert, da kam auch gleich ordentlich Lava raus. Also hier geht es eigentlich gerade. Ich glaube, ich gehe mal zurück, das wird mir hier zu brenzlig hier. Geh wieder raus. Da hat jemand Scheehills. Hä? Da hat jemand Scheehills. Einen habe ich nicht. Ich habe noch nichts gefunden von Tinkas oder sowas hier. Gibt es das hier nicht? Ey, das ist ein langer Gang hier. Ich komme ja gar nicht irgendwo hier raus. Euch geht es gut soweit? Ja. Dass man hier sogar Kies findet. Ja, Kies findest du hier, oder? Es reicht auch schon, dass man Kies überall in der echten Wild hat. Nun. Ich bin schon so weit oben hier, die Treppe hier gebaut. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Was hast du denn? Schluck jetzt die Büchse voll. Interessant. Ich bin jetzt hier nach oben hochgekommen. Oh, ich gehe mal wieder zurück. Das ist mir zu brenzlig hier. Oh, ein Skorpion. Oh, da bin ich mal schön zu erledigen. Ich habe ein Skorpion erledigt. Oh, ich bin jetzt draußen. Ah ja, schon werde ich die Büchse voll gehabt. Schmeier spielst du noch da? Ja, ja, ich folge dir auf dem Tunnel. Gleich da. Höllerenblätter gibt es hier. Was ist denn hier los? Ich weiß nicht, was hier los ist. Blätter. Überwuchert der Netherstein. Na ja. Da oben ist Netherquartz. Schön hier. Komm ich dahin? Ja, schön ist relativ. Ja, stimmt. Hier sind die ganzen... Da sind noch ein paar Skorpion drinnen. Und so ein komisches Gebilde ist graus. Was ist das? Sind, glaube ich, Knochen sind das. Hm, lecker. Weiß ich aber nicht. Außer kein Netherquartz? Ich habe bisher noch nicht viel gekriegt hier. Oh, fuck. Uh, ein Skorpion. Skorpionchen. Warte, ich helfe dir. Weg, weg. Hass, weg. Viecher. Ungeziefer. Beseitigt. Hammerjäger. Was ist hier? Was ist das? Medium Bone Segment. Wirknüller. Wirknüller. Und? Ich helfe dir, Skorpion. Äh, vor dir, Skorpion. Sehr gut. Weg. Schwedener Grasblock, Gott. Diese... diese glühenden... diese... Glühnömmchen, die... da kommt mir die Blitze raus. Okay. Ist ja verrückt. Solange sie uns hier angreifen, ist alles in bester Ordnung. Finde ich auch. Dann können sie machen, was sie wollen hier. Steht genau so. Was, 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 was? Ich habe gerade davon gesprochen, solange sie uns hier angreifen, weg. Wann wieder? Das ist die Stifte. Nee, jetzt, dass mein Gast, der hier ist. Ah, der ist der Stinker. Wohls nicht stinker. Stinken, deine. Ach, der ist über uns, der achte Scheiße. Ja, Jan Sohn. Wird Zeit, dass ich wieder meine Tinkas Armbrust kriege. Reiß ich dir sonst was auf. Mit einem. Er kann aber ganz schön nerven, der Kerl. Ah, der will es wissen. Oh, was ist er denn? Warte, wo hänge ich jetzt? Das ist der hier. Wo hochhört der Messerstein. Wo was alles geht? Sieht interessant aus. Ich muss ja mal sagen. Ich bin auch gespannt, was es mit dem Fleisch geht nachher. Jetzt ist er total hochgebaut, aber ich sehe hier keinen Messer. Ich sehe hier noch nichts von Tinkas. Das finde ich. Nichts von Tinkas, ey. Das ist doch Käse. Wir brauchen halt das schöne Metall. Das ist doch toll. Ja. Dass ich hier nur ganz beschissen habe. Wenn ich ein anderes Nether-Portal baue, dann baue ich halt woanders raus. Mal gucken. Das ist nicht gesagt. Was ist das denn hier? Achter, das ist der Usherblock. Genau. Genau. Oh, hier ist der Brenne. Scheiße. Ich brenne. Scheiße. Scheiße. Okay, ich bin wieder aus. Jetzt. Mit den Fleischbrocken kannst du gar nichts machen. Die kannst du nicht brennen. Oh, ich brenne schon wieder deine Scheiße. Los, geh aus. Ach, da sind diese schwirrende Glasblock. Komme ich da oben rein? Kann ich den abbauen? Ich kann da gar nicht ran. Ein einziges... Oh, ein Kobalt hier. Das ist ja... Als Dank kommt jetzt Lava hinterher. Das wäre fies. Keine gar nicht. Ich habe auch irgendwie, kann das sein? Soll ich auch schon mal Zinnwaren und Aluminiumwaren mitbringen? Kannst du machen. Ich kann die gar nicht abbauen, das Kobalt-Erz. Wann kann ich denn die abbauen? Ich brauche meine Spitzhacke dafür nicht aus. Ich kann es gar nicht abbauen. Das ist ja doof. Aber da tropft das auch raus. Ich befürchte, da drüber ist Lava. Okay, dann lassen wir es lieber sein, ne? Na ja, ich... Eine Scheiße-Ecke ist das hier wirklich. Wo bist du? Ich sehe dich gerade gar nicht. Wo bist denn du? Mersch? Ich bin, äh, nicht weit von dir entfernt. Da, wo du eben gestanden hast und gedudelt hast. Ach, da bist du, ja. Ich hab' noch nicht... Ups, was ist das für ein Geräusch? Warte, 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 ne? Der Seelen-Sand ist ja ätzend, ey. Kann der sein, Quarz? Kein gar nichts, oder wie gibt's hier? Kann das sein? Ja. Nischt. Hier gibt's nichts in dieser Gegend. Nichts. Hier ist noch ein bisschen Quarz hier in der Ecke. Also, ich auch gerade. Bei dem Karstenblock. Nicht so ergiebig, ne? Nee. Dank mir nicht. Oh, ja. Wenn der sagt, Quarz kann ich abkommen, das geht. Ich muss mal aufpassen. Sehr guter Schmerz. Was ist er denn? Segen, an. Was ist denn du? Äh, ich hab dich eben noch gerade gesehen. Ich bin so hinter dir. Ja, er ist so. Da ist auch. Er ist langsam wieder zurückgehen, oder was meinst du? Ja, wir können gucken, hier ist noch Quarz, wenn du noch welches brauchst. Wo? Brauchen, tun, tätest. Hier. Brauchst du das nicht? Quarzformate. Ja, nee, noch nicht so viel. Ich hab schon ein bisschen was. Oh, so. Du hast also schon geplündert, ja? Plündere. Hier gibt's nicht gerade viel, ne? Oh, der Busch. Kann ich noch gar nicht abbauen? Den Fleischbrocken kann man irgendwie gar nichts machen. Ich hab's erstmal mitgenommen. Ach so, schade, es ist also nur... Ah, ich brenne schon wieder. Huh. Wo war denn unser Ausgang so Mist? Ich weiß er denn. Kurz über den Ohr, das ist ja gemein. Wenn ich hier runter... Oh Gott. Oh, ich hab die angegriffen. Oh. Oh scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die stinkt. Oh, der hat den Server leckt. Ja. Ich bin tot. Der Server hat geleckt. Okay. Ich bin gekrepelt. Okay. Dann komm ich jetzt. Weißt du, soll ich hier auf dich warten? Oder erst mal zum Netherportal hinkommen? Komm mal bitte zum Netherportal hin. Noll. Machen wir das so. Man hat so ein geleckter Server. So eine Mist aber auch. Gerade dann, wenn man es am wenigsten braucht, ne? Wirklich, immer in so einer Situation, ja. Ja, da hat man als tot dann nicht mehr so weit in die Unterwelt. Das geht eigentlich auch wieder. So. Ja, stimmt. So, verdammt. So, ich bin auf dem Weg wieder nach die Hüse. Soll ich Bernstein und Malachit, soll ich das alles in die Ladertruhe reinwerfen? Ja, pack das mal rein. So, Täter nachher ein. Ich hole jetzt meine Sachen aus dem Nether. Oh scheiße, hier stehen jetzt zwei Typen. Na, wenn's. Hallo. Genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bleibt schön da stehen, Jungens. Oh. Oh, beim Beleck das auch. Eine Truhe nicht mehr zu. Hier kann ich's bei sehen, du bist draußen. So. Du bist halt nur ein Kobolderzgefühl. Ein bisschen Öle irgendwie, ne? Kann das sein? Was? Das müssen Öle nur ein Erz gefunden. Besonders Erze, ne? Das ist ja Öle. Ja, das ist noch nicht so ergiebig. Irgendwann kommt noch was. So. Ich glaube, dass ich meinen Grabstein da heil wieder bekomme. Mit allem, was dazugehört. Ja. Jetzt bin ich eine Spinne hinter mir her. Ich hab aber nicht. Ich hab aber nichts zu essen eingepackt. Nicht blöd, Mann. Oh, Mann. Es ist ja auch zu spät. Ich bin schon unterwegs. Noch erstmal ganz kurz wieder rausgegangen aus dem Herder. Das ist halt nicht zu fressen dabei. Ich blöd, Mann. Gibt's doch gerade nichts auf dem Weg, was wir futtern können. Das ist ja ätzend. Wo hast du Essen einpacken sollen? Naja. Geh mal ein bisschen langsamer. Ähm, guck, ob du Beeren irgendwo flücken kannst. Da kannst du auch Beeren essen. Ich weiß. Hier gibt's keine Beeren. Weißt du, die laufen auch vier Pfoten hier. Gucken, wo du jetzt hier bist. Ne, ich bin auf dem Weg wieder zum... Als User. Boah, unbedingt was zu essen. Ja, ich versuche dich irgendwo abzufangen, ob ich dich irgendwo treffe. Ich weiß ja nicht, wo du bist. In Syrusa bin ich. Ich bin da noch mit Kindern nach Syrusa. Vom ganze Südstraße rauf, kann man sagen. War ja ein toller erster Ausflug in der Saison. Hat sich ja richtig gelohnt. Auf jeden Fall. Noch nicht mal irgendwie Quarz oder so. Nicht. Das ist mir traurig. Ja, ich glaube hier wie besoffen. Ah, da bist du ja. Bleib mal stehen. Ich kann auch wieder auf Zug kommen oder nicht. Hallo. Du, dein Radio. Das, was du essen, ja? Gut, danke. Reicht das mal. Ach. So, heute leckt aber ganz schön der Server hier. Ja, dann muss ich morgen nachher mal neu starten nach dem Ende des Streams. Kann ich Sachen schon nicht mal aufsammeln. Ah ja, alles klar. Oh, da war ja was. Muss ich erstmal Richtung Syrusa abladen. Dann kommen wir mal hinter Frasch-Mehrstein-General-Eingang. Hm. Ja. Dann biegt er ab auf die Oststraße. Das Kreuz-Husar-Nord passiert. Und weiter geht es auf der Oststraße weiter. Dann will ich meine Sachen wieder haben. Würde der Zombie-Pickment. Ja, das soll ich ätzend gerade. Hat total geleckt, ja? Ich hatte so ein Schweine-Reiter angegriffen. Bonjour. Bonjour. Wollen wir mal gucken, was hier Farse ist. Wieder nach unten runter. Hier war man dann. Ich bin jetzt hier wieder hoch. Dann war das links und wieder links. Ich frag mich echt, was das vorhin war. Was hier so stand. Irgendwie das sah aus wie so eine... Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich bin eine Wanze. Irgend so was Böses war das. Ja. Ja. Oh, warum kriege ich mal einen? Warum kriegt man hier erstmal einen Gebüsch der Manier? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Hier sind wir langgegangen. Ja, genau. Wir sind hier nochmal lang. Da lang, ne? Ja, genau. So, hier sind jetzt ein paar Pigments. Vielleicht sind die aber ganz... Vielleicht hängen die hier rum. Lass die auch immer noch rumhängen. Den tun wir nix. Okay. So, ganz ruhig. Ganz ruhig. Das ist ein Lichteleinchen, okay. Das ist wieder so ein Springding. Oh nein. Das ist eine Riesenratte. Killer, die... Beseitigen musst du die. Ja, aber ich treff die gar nicht irgendwie jetzt. Hast du. Olle Ratte. Du Ratte. So, was denn? Wie in der Jelen? Ah ja. Wie lange, da lang? Nee, ne, da lang, ne? Du musst mal jetzt lang. Ich bin hier. Links oben halt. Jetzt hier ist doch rechts. Daher stimmt, daher stimmt. Das sagt aber. Da war Lava. Wenn wir hier lang gegangen sind. Ich sehe schon mal ein Toddingsbums. Ach, der ist auch wieder da. Ja. Und ein Fuchs. Ein echter Fuchs ist hier unten. Auch so süß. Ein Fuchs? Was sagst du? Ein echter Fuchs. Hier ist mein Grabstein. Alles wieder umpacken. Und kein Streitanfall. Werwolf. Rechts von dir leint ein Werwolf lang. Ja. Sie sehen ja fies aus. Der sieht so gestresst aus. Sieht immer leicht fällig aus. Okay. Meinetwegen können wir jetzt mal wieder rausgehen. Würde ich auch sagen. Ich begrüße diesen Vorschlag. Lass uns mal rausgehen. Abschluss nochmal kurz stänkern und dann... Nee, lieber nicht. Nee. Das Schwert muss... Außer mal für ein bisschen netter Quarz. Dann kann man noch ein bisschen stänkern. Man muss mal hack ja eh reparieren. Gleich... Aber an Quarzen und sowas gibt es ja wirklich nicht viel, ne? Nee. Eigentlich so gut wie gar nichts, ne? Kein netter Quarz so richtig und andere Sachen auch nicht. Oder es liegt an der Ebene vielleicht. Dafür habe ich Adit gefunden. Adit-Erz. Kann ich das abbauen? Da brauchst du wahrscheinlich... Da brauchst du wirklich vielleicht... Nee, da brauchst du echt eine Diamant-Axt für. Du musst nur eine aus Sidian bauen oder sowas. Das können wir mal probieren. So, lass uns mal rausgehen. Das ist mir, glaub ich, heute sicherer. Weil hier gibt's ja ein paar Tunik auf dieser Ebene. Mit dem Fleisch-Hooki kann man nix machen, sagst du? Nee, kann man nicht irgendwie. Ey, ich kann mal ganz schlecht auch die Monster killen. Das ist ganz, ganz extrem hier. Schön vorsichtig wie die Igelchen. Nein, nein hier. Na gut, dann gehen wir's mal wieder raus, würde ich sagen. Ich hab noch... Brauchst du sowas wie eine ätherische Essenz? Nö, erstmal nicht. Darfst du behalten, ich geh ja raus. Ich geh ja raus, du bist. Ich bin rein nach Hause. Ich bin raus, ich bin zu Hause. War nett, der Ausflug. Ja, ne? Jo. Ja, das ist leck, ne? Ich werde nachher mal Dach und streamen, das Ganze mal neu starten. Ja. Dann schauen wir mal. Ich denke dir trotzdem schon mal Schmärsch. Ja, sehr gern, von Herzen. Von Herzen. Man sieht sich. Auf jeden Fall. Ist ja nicht blind, ne? Nein. So, jetzt packe ich erst mal hier so ein paar Sachen um hier. Ähm, den Messer quasi gar nicht reinpacken. Knochensegmental. Das ist interessant. Was hab ich denn hier? Was hab ich denn hier? Schauke. Manchmal schlägt man auch durch so ein Monster richtig nur da durch und es passiert gar nichts. Das ist ganz extrem. Ja, das liegt am Server. Das scheint gerade ein bisschen zu lecken. Kann ich jetzt auch nicht sagen, woran es direkt liegt. Oh, ich hab aber ein Goldnugget. Das ist schon mal nicht verkehrt. Das Fleisch kann man nicht braten? Das müsste doch bestimmt gehen, ne? Nein. Nein? Dann bin ich das zurück und tausche das im Messer um. Ach du Scheiße. Schwer scheiße Gäste. Oh. Wo denn? Bist du schon draußen vor der Tür? Draußen vor der Tür, ja. Oh, was haben wir denn da? Ah, der ist er. Oh, der leckt aber hier. Oh ja. Okay. Gott sei Dank. So, ich gehe nach Jerusalem. Alles klar. Bis später. Bis später. Gehen wir mal nach Jerusalem hin. Oh, Shogi. Wo? Was? Draußen? Die ganze Zeit draus. Ja, musste ich draus. Weil gar nichts mehr ging. Hm. So, ich gehe jetzt einmal hier in die Stadt rein. Nehmen wir auch auf sicheren Seite in der Stadt. Wo bist du Shogi? Auf dem Weg nah zu unserem neuen Zuhause. Oh. Mitten in der Nacht läufst du? Okay. Na, da komme ich auch mal hinterher. Hilft ja nix. Ne, halt ihr wollt ja ein bisschen handeln hier. Ja. So, jetzt sieht man den Ascherhaufen. Oh, jetzt sieht man den Ascherhaufen. Oh, jetzt sieht man den Ascherhaufen. Davon wusste ich noch gar nichts, dass ich die habe. Die ist sehr interessant. Was kommt da rein? So. Was lernen wir daraus schonmal? Das Schwert muss schärfer werden. Ja. Also die Taumkraft, was ich jetzt vorher mitgebracht habe, soll das alles in die Lager-Truhe rein, ne? Ja. Ich habe eins mit, zwei mit, drei mit, vier mit, vier mit. So. Kann man ein bisschen handeln? So, Netherquartz war ja nicht gerade groß gesegnet da unten, ne? Nee. Ich packe das mal hier aufs Schwert drauf. Dann gucke ich mal, was das bringt. An Schärfe. Da ist immer noch ein Eisenschwert. Ich komme hier nicht rein, so wie ich... Was ist das? So. Okay, mit dem Rucksack kommt man nicht durch die Tür. Okay. So, jetzt habe ich hier mal ein Schwert. Ach nee. Das war doof. Hm. Nein, will ich gar nicht. So. Nesserquartz und auf mein Schwert. Erstmal baue ich 72 Stück. Angriff. Oh. 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 Angriff immer noch zwei, paar Herzen nur. Kommt Schärfe drauf. Das Netherquartz bringt gerade gar nichts auf das Schwert, irgendeinem Eindruck. Bleibbar, Angriff dreieinhalb Herzen, weiter geht da nicht. Jetzt habe ich 22 Netherquartz verbraucht und so plus sieben, da unten hätte ich gucken sollen, plus sieben. Okay, er hat schon mal drei mehr Angriffsschaden als das normale Schwert, okay, es braucht seine Zeit wahrscheinlich, okay, wenn ich mich mal anstrengen, demnächst mal auch mal in der Portal zu bauen, in der Hoffnung, dass unsere Gegend hier mehr zu bieten hat. Ja, wirklich wäre ja, wenn das mal nachfällt, ist es einfach echt nur eine blöde Ecke, wo nichts rumliegt oder hat, wie du schon sagtest, falsche Ebene. Genau, weil du bist ganz unten, wie es ausschaut, auf der untersten Ebene. Aber Netherquartz gibt es da wirklich nicht viel. Gab es ja kaum was. So Schoki, komm jetzt wieder nach Hause, galoppiert. Ja, das ist so schön, wenn du kommst, ich bin hier wieder in unserem neuen Zuhause. Ja, ich bin unterwegs. Ich lauf hier mal. Da, 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 da. Was macht der Schmärsch grad Feines? Oh, ich probiere so ein paar Bauvarianten aus, ob ich fällt ein paar Netherziegeln mit hier hinbaue, Das könnte man ja mal machen, oder? Könnte man ja mal machen, oder? Kann man machen. Akzente. Ach, Akzente, ja, den kenn ich auch. Sagen wir hier? Was denn? Kupferkies, du nehm ich mit? Kupferkies, nehm ich auch mit. Oh, der ist sehr lecker, ne? Sollte alles nicht so schnell ab wie es abbauen sollte. Jetzt in die Höhle runter. Da gehe ich aber nicht hin. Nö, keine Lust. Ich will jetzt nach Hause laufen. Der Weg ist natürlich noch weit. Ist eigentlich ja dein Gut von deinem Schleimbäumchen, ist gar nicht mehr da. Ja, von meinem Schleimbäumchen war ja was. Ist nicht weg. Aber dein Nether sah klasse aus, irgendwie. Da gab es so viele Sachen, die kann ich gar nicht. Definitiv. Auch diese ganzen Pflanzen da. Hatte was. Aluminiumkäse nehmen wir auch mal mit Aluminiumkies. Oh, der leckt aber gerade ganz gut der Server bei mir. Ich wollte die Blöcke ab und dann sind sie immer noch da. Ja, bei mir auch. Es leckt total. Es macht kein Spaß hier. Oh, ich setze ihn jetzt nicht zurück. Müsst wir einfach mal mit Leben, würde ich sagen, oder? Erstmal ja. Erstmal ja. Ich setze ihn nachher nach dem Stream zurück. Das hatten wir beim alten Server ja auch ab und zu mal gehabt, das dann, ne? Gibt es das auch noch nicht? Ne, das ist an der Sitz. Schade. So. Jetzt habe ich Angriff plus 7 hier drauf. Ist auch noch nicht so viel. Dann brauchen wir wirklich eine richtige Diamantspitzhacke. Dann mit dem konnten wir die Sachen nicht abbauen. Ne. Ups. Da wachsen gleich die Nächsten schon wieder. Da wachsen gleich die Nächsten schon wieder. Hier. Unser Haus. Hä? Da ist es. Au, 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 au. Hier für diese blöder Stachelpflanze hier. Da müssen wir unbedingt so einen Bachlauf durchbauen, damit die hier nicht rüberkommen. das wäre von Vorteil. Schatze, ich bin wieder zu Hause. Das ist doch schön, dass du wieder da bist, mein Schatz. Ja. Dann habe ich einmal kurz gekrepelt. Ich versuche auch nicht wieder zu krepeln. Ihr wolltet unbedingt uns verretten in diesen Scheißen, ne? Sei da jetzt selber in Schuld. Ja, da wollte ich noch hin, stimmt. Ja, wollt hin. Das erweitere ich hier gleich mal. Haben wir noch eine Schattel, ne? So. Das kommt rein. Das kommt rein. Kupfer und Aluminium. Habe ich das hinten schon? Kupferkies. Ach ne, das Eisenkies. Entschuldigung. Das sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Eisenwaren. Habe ich hier Gold drin? Nein, ich habe hier kein Gold drin. Warum nicht? Goldkies. Goldbar mal einschmelzen. Gold brauchen wir auch unbedingt. Weiter geht es im Text. Wir brauchen eine Schablone, eine Basic Schablone, dazu brauchen wir eine Schubklade und fünf mit Stöcker. Ton altruhe. Erstmal schon die erste Upgrade Schablone wieder bauen. Genau. Wie heißt das, Upgrade war das, ne? So. 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 So.